Hallo Leute und herzlich willkommen mein Name ist Mercurial P. und heute mal ein zu einem Relief Video um hier wird immer ein Handy ich habe nur es gekriegt mit ich bin mir das mal mit dem Hammer hier wir sehen hier schon ein in Vorbearbeitung aber nur ein bisschen die Niederlande jetzt machen wir immer so wie er das ist natürlich nicht sehen hier ist meine eigentlich meine Kamera auch ich bin mir gut und so bei den Metern wieder die eine neue Flügel ein paar Niederlande war so wie wir schon mal so ein Teil der die 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 ein so Ruhig und die Teil ausgestattet so ein bisschen kann machen und so und wir machen es jetzt auf einer Metratze doch im Boden wenn wir noch von ihm an aber ein paar nicht klappen und wir haben auch so wie der Fakim war ich trübte ich bin aber wenn ich bringt er nicht mehr an aber vor allem auch mit Schlüsseldruck umgekratzt war ein paar Maulaufkommen als das noch angesprungen Prozent und wenn ich verabrede Dürr dass die Bord nicht kaputt erhält sich so ein Wackel ich bin es gibt die Einrichtung der Stadteile keine Werbung jener 3.4 die er ist auch die Ericsson ein gutes Vergnügen stabil wir sehen es nicht, kaputt, brech, singen, also... Der Bildschirm, also der Bildschirm ist so ganz in Ordnung, wo die Welt... Wir sehen die Schutzfolie, es fühlt sich krass, und jetzt... So, das war's auch schon wieder mit dem Video, wir müssen mindestens drei Minuten. War das so nicht? Wir sind noch zwei, äh, zwei Minuten. Ja, okay, mindestens zwei, äh, zwei Minuten. Ja, okay, mindestens zwei, äh, zwei Minuten. Ja, okay, mindestens zwei Minuten. So, wo darf ich mich am Ende? Nee, 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 du wirst noch nicht. Oh, ähm... Ich kann auch nicht brechen, die ist vollbiegbar. Man hat's gar nicht gesehen. E-Name, egal. Warte, hier. Die kann man nicht brechen. Also, ich auf jeden Fall jetzt nicht. Ja, also, der Fenni ist sehr stabil, voll mit Dichstay. Oh, äh. Ich explodier das Bucher. er in der Sprung aus dem Glas Blitzbüter er er muss man sehen mit dem Ballrunden in der Strecke würde ich sagen dann beendet die auch der Einbruch der 1